Ich präsentiere Ihnen unsere News der Woche. Alle weiteren Informationen finden Sie im News-Blog, Link im Text. Deutsche Hypo – Keine Frühlingsgefühle beim Immobilienklima DTB Februar 2022 – Teure Baufinanzierungen – Nachfrage nach Anschlussfinanzierungen hoch Postbank Wohnatlas 2022 – Immobilienpreise fliegen 2021 zu neuen Höhen Die Status – Auftragseingang im Bauhauptgewerbe Januar 2022 – Minus 10,8% zum Vormonat BMWi – Eine Milliarde Euro Neubeförderung für energieeffiziente Gebäude startet wieder Das waren unsere News der Woche. Alle weiteren Infos finden Sie im News-Blog, Link im Text.